Norddeutscher Rundfunk 2021 und im Namen der FG Animation wollen wir euch kurz mitnehmen auf eine kleine Tour durch den Expertenkurs hier in Madenzwil. Wir gehen jetzt einfach mal schauen, was sie dort machen und stellen ihnen ein, zwei Fragen zur Kreativität und Gruppenfotos, weil ihr nachher mitwachen am Wettbewerb und ja, vielleicht können auch die Experten euch ein paar Inputs geben. Also, kommt doch mit! Hey, tschau zusammen! Hey, was bedeutet für euch Kreativität? Ja, einfach mal etwas Neues ausprobieren! Ist das? Ja, ich! Der Expertenkurs steht Kopf! Wir sprengen den Rahmen! Ich glaube, hier drinnen könnten wir auch noch etwas in der Frage stellen. Auf Wiedersehen! Hallo! Hallo! Hey, wir wollten mal kurz bei euch fragen, was macht eigentlich ein Kreativität? Äh, Ruhls, Gruppenfotos! Richtig, muss kommen! Ja! Ja! Das ist doch klar! Gute Stimmung, es schaut authentisch, zum Beispiel mit dem Motto, es findet von aussen statt und macht Werbung für die Jura! Ach, ach, ach! Ah, ach, ach! Okay, irgendetwas Strange! Ah, aber da bewegt sich jemand! Kommt, wenn man sich so fragt! Hey, Salut! Salut! Hallo, du bist wie? Gilbert! Ciao! Hey, wir wollten mal kurz einen Experten fragen und mal Infos zu Gruppenfotos. Und jetzt gibt es noch ein Gruppenfoto ein, das du schon immer noch mal machen wolltest? Ja voll, ihr kennt auch so einen Reisen. Ich bin ja ausprobiert. Ja. Z.B. kennst du es neben dem Endstopp? Nein. Und dann ziehen wir unsere Drehnose in der Mitte an, damit es diese Feierhose gibt. Verstehst du das? Ja. Nein, nicht so. Nein, so. Ja, und da drüber. Ah, okay. Hey, starke Idee. Ideenreich, würde ich sagen. Oh, 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 da habe ich nachgeschlagen. Hey, in dem Sinn hoffe ich mir, Ihr habt ein paar Inputs von uns mitnehmen aus dem Expertenkurs. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht beim Webbewerb. Und was wir dazu beizutragen haben, das seht ihr jetzt. Auf Wiedersehen. Der bis zum nächsten Mal dir denết. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nö. Vielen Dank.